Ja, ich denke, wir haben alle gewusst, dass wir ein starkes Team haben und wir Mord-Selbstvertrauen gehabt haben, oder immer noch haben. Und wir haben einfach gehofft, dass Sevi das heimbringt. Wir haben gewusst, Sevi ist ein großer Mann und der kann das locker heimbringen. Und ja, die Hoffnung war da und deswegen sind wir da unten gestanden, voller Hoffnung. Und ja, im Endeffekt hat es gelangt. Ja, also ich kann nur von mir aus reden, als ich gesprungen bin, ist vor der Nervosität es gegangen. Ich war so weit fokussiert, dass ich gesagt habe, ich habe einfach meinen Sprung machen können und das andere, das passiert. Und als ich unten war und mit dem Wanki unten gestanden bin, das Warten, das war schon die Hölle pur, sage ich mal, weil man nichts mehr machen kann. Ja. Ja.